Seit ich elf bin, ist Alopecia Ariata meine mehr oder weniger ständige Begleiterin, mein Dreh- und Angelpunkt, meine Hasskappe, meine Quelle der Verzweiflung, mein Geduldsfaden und seit kurzem auch meine Inspiration. Seit 16 Jahren machen meine Haare bzw. mein Immunsystem ein bisschen, was es will. Alopecia Ariata, auch kreisrunder Haarausfall, ist zwar eine weit verbreitete, aber wenig bekannte Erkrankung, von der alleine in Deutschland 1,5 Millionen Menschen betroffen sind. Meistens beginnt es mit einer winzigen Kahlenstelle, vielleicht geht die genauso schnell, wie sie gekommen ist, oder es werden mehr und vielleicht ist man am Ende ganz kahl, so wie ich. Alopecia kennt kein Alter, kein Geschlecht und keine Kultur. Ursache und Heilung sind nicht vollends geklärt und die Therapie erfolge genauso unterschiedlich wie die einzelnen Betroffenen. Der oft komplette Haarverlust wird meist als Krebserkrankung missinterpretiert oder als rein kosmetisches Problem abgetan. Dieses rein kosmetische Problem hat jedoch mein ganzes Leben und Frausein geprägt. Viele Jahre, in denen ich in immer wiederkehrenden Gedankenschleifen versuche, Antworten zu finden auf die Frage nach meiner eigenen Schönheit und Weiblichkeit, trotz meiner Glatze. Vor eineinhalb Jahren habe ich eine Wegbegleiterin gefunden für diese Suche und ich habe das Projekt Schönlinge gegründet. Ein Foto- und Mutmachprojekt mit 27 Frauen, die so wie ich von kreisrundem Hausfall betroffen sind. Und diesen Frauen bin ich mit Ingrid, der Fotografin und Freundin des Projektes, begegnet in ihren Heimatorten und dort haben wir Fotos von ihnen gemacht. Und die Idee ist jetzt, dass wir zum einen in einer großen Wanderausstellung aufklären über Alopecia areata und zum anderen einen ganz grundsätzlichen Diskurs anregen über die Schönheit und Ästhetik des Anderen, des Ungewöhnlichen, des Unperfekten. Noch immer bin ich regelmäßig überwältigt von der Resonanz auf dieses Projekt, weil auch viele Menschen darauf reagieren, die Haare haben. Und ich dann denke, okay, warum berührt das Projekt? Was hat dieses Projekt vielleicht mit jedem einzelnen Menschen zu tun? Ich möchte mit euch in diesem Vortrag heute diesen Fragen auf den Grund gehen. Und dabei soll es weniger um meine Definition von Schönheit und Weiblichkeit gehen, sondern um all das, was wir nicht verändern können und um die Schönheit und Kraft von Verletzlichkeit. Als ich zehn war, entdeckte meine Frisörin die erste Stelle an meinem Hinterkopf und ein halbes Jahr später war ich fast komplett kahl. Es hingen nur noch so ein paar vereinzelte Zotteln aus meinem Piratentuch. Wir probierten fast alles und ein paar Kortisoncreme später pfefferte ich die nagelneue, aber grauenhaft altmodische Perücke in die Ecke und vermachte sie meinem kleinen Bruder für sein Karnevalkostüm, als er als Fee gehen wollte. Ich machte mir nicht so viele Gedanken, weil ich dachte, ach, meine Mama kriegt das sicher wieder hin, die ist auch Apothekerin, das wird sicher alles wieder gut. Und drei Jahre später tatsächlich feierte ich eine große Her-Comeback-Party mit all meinen Freunden. Wie ihr euch denken könnt, ist der Umgang mit mir selbst unbeschwert und sorgenfrei nicht mehr gewesen, weil jedes Haar zu viel in der Bürste und jede Ungleichmäßigkeit am Scheitel führte dazu, dass ich vor dem Spiegel komplett ausrastete und mich und mein Schicksal hasste. Mit Anfang 20 fand ich den kreisrundenden Haar-Ausfall viel schlimmer als mit 11, um ehrlich zu sein. Ich war jetzt eine junge Frau, ich wollte erwachsene Entscheidungen treffen und vor allen Dingen wollte ich auch gefallen. Und das Umfeld natürlich, wenn es davon wusste, war entsprechend hilflos. Solche Sätze wie, ach Lisa, wahre Schönheit kommt von innen, mutierten zu einer Leier einer ewigen Phrasendreschmaschine. Auch so Sätze wie, ach Lisa, komm, es sind ja nur die Haare. Da habe ich immer gedacht, ja klar, Arm und Bein ab wäre schlimmer, aber trotzdem ist nicht alles schön und gut. Jahrelang begleiten mich auch Neid im Anblick von meinen Freundinnen mit toller Lockenpracht, wenn die dann frisch vom Friseur kam und ich hatte auch eine unbändige Sehnsucht, genau wie jede andere Frau, Mascara und Conditioner kaufen zu können. Und ich entwickelte unglaublich ausgeklügelte Improvisations- und Retuschierungsstrategien, weil über allem die Angst schwebte, entdeckt, entblößt, in die Krankecke und letzten Endes als abstoßend empfunden zu werden. Die Überzeugung, dass jede Frau mit Mitleid und jeder Mann mit Desinteresse und Ekel auf dieses Ich schaut, ohne Wimpern, ohne Haare, ohne alles, war dermaßen tief sitzen, dafür gibt es fast keine Worte. Meinem ersten Freund beichtete ich erst zwei Monate, nachdem wir zusammengekommen sind, dass ich keine Haare habe und in meiner Wohngemeinschaft in Braunschweig habe ich sechs Monate dafür gebraucht. Mein bester Freund Marian war der erste Mensch außerhalb meiner Familie, dem ich mich mit meiner Glatze präsentierte. Ich war zu dem damaligen Zeitpunkt, wollte ich mich an einer Kunsthochschule für ein Theaterstudium immatrikulieren und hatte irgendwie die kecke Idee, ich könnte ja mal meine Glatze als stilistisches Mittel einsetzen, was zum damaligen Zeitpunkt eine völlig utopische Idee gewesen war. Ich wäre eher mit barem Busen durch die Innenstadt von Münster gelaufen, als je irgendwo meine Glatze zu zeigen. Aber ich dachte, okay, ich probiere das jetzt von Marian mal aus, ich muss das ja üben und stehe also zwei Meter von Marian entfernt und zitter wie Espenlaub. Ich habe gedacht, ich muss in Regenbogenfarben brechen und nehme die Perücke ab und ernährt sich ganz behutsam und die Reaktion auf meine Glatze erschien mir wie ein Wunder. Er ist ein bisschen größer als ich und legte dann seine kühlen Hände auf meine Glatze und küsste mich mitten auf die von mir so gehasste Glatze und sagt, du bist schön, Lisa. Und ich war in dem Moment so nackt, nackter hätte ich nicht sein können. Nach außen hin war ich meistens eine Powerfrau, eine positive Energiespenderin, ein Sonnenschein. Ich suchte mir die Bestätigung von außen in ungesundem Maße, weil ich selbst nicht in der Lage war, mit mir selbst zufrieden zu sein. Statt einem Nebenjob hatte ich vier, fünf Ehrenämter statt keins neben einem Vollzeitstudium. Ich war sehr gut darin, hart und ungerecht zu mir zu sein und übertriebene Ansprüche an mich zu stellen. Man kann sagen, ich war meine eigene Feindin und das war ich ziemlich gut. Dieser jahrelange Umgang mit mir selbst zollte sein Tribut. Und nach meinem Auslandssemester in Schweden erkrankte ich scheinbar plötzlich an Depressionen. Zwei Monate lang kämpfte ich mit der schwarzen Frau, wie ich sie nannte. Und sie war ziemlich gut darin, sich mit ganzem Gewicht auf meine Bettdecke zu legen und mir nach einer unruhigen Nacht ein Ticket für das immer gleiche Gedankenkarussell in die Hand zu drücken. Sie raubte mir meine Kraft für Szene putzen, meinen Lebensdurst und all meine Gefühle. Und das Schlimme an Depressionen ist, dass irgendwann alles einem bedeutungslos erscheint. Und das Schlimme ist auch, ich selber war mir bedeutungslos. Aber es ging weiter, denn es folgen niemals zwei Nächte aufeinander. Mit viel, auch psychologischer Unterstützung begriff ich, dass es so wie vorher nicht weitergehen kann. Dass mich meine Selbstüberzeugungen und mein Denken krank gemacht hatten. Was hatte ich eigentlich alles von mir erwartet und gefordert? Ich empfand zum allerersten Mal in meinem Leben so etwas wie tiefe Empathie. Und zwar für mich selbst. Ich begriff, dass ich das Außen noch so sehr verändern kann. Dass kein coolster Studiengang, keine coole Stadt, kein Prinz Charming dieser Welt mir die innere Zufriedenheit geben würde, die ich eigentlich suchte. Und die Reise nach innen begann. Ich ging den Jakobsweg und lernte jeden Tag zwei Zeilen aus Charlie Chaplins Rede aus seinem 70. Geburtstag Selbstliebe auswendig. Und heulte mir die Augen an der Küste von Asturien aus dem Kopf, weil die schlichte Antwort auf die Frage, ob ich mich selbst liebte, nein, lautete. Schmerzlich die Erkenntnis, dass ich meine eigene Freundin nicht war und nie gewesen bin. Es sei denn, alles lief perfekt und nach Plan. Ich schrieb eine Liste mit allen selbstschädlichen Verhaltensweisen, die ich von nun an abstellen wollte. Und diese Liste war wirklich zwei DIN A4 Seiten lang. Und auf dieser Liste stand eben auch das Versteckspiel mit meiner Perücke und ich begann mehr und mehr mit Kopftuch auf die Straße zu gehen. Viele Menschen hielten es für eine modische Phase. Ich zweifelte noch immer trotz dieser vielen Veränderungen und es kostete mich tagtägliche Überzeugungsarbeit von meinem eigenen Spiegelbild, die Begriffe Glatze und Schönheit oder Glatze und Weiblichkeit nicht als Paradoxon zu empfinden. Ich kannte Ingrid vom Tanzen und wusste, dass sie besondere Fotos macht und dachte mir, hey, ich wage mal was. Vielleicht kann Ingrid mir ja zeigen in ihren Fotos, ob ich schön bin. Und ich habe ganze sechs Jahre gebraucht, um diesen Plan in die Tat umzusetzen und Anfang 2015 war es dann soweit. Es war das absolut erste Mal, dass ich mich vor einer fast fremden Person in all meiner Nacktheit und einer Kamera offenbarte. Und ich war so nervös. Ungefähr so wie jetzt. Ich sitze also vor Ingrid mit meiner Perücke und sage dann irgendwann, du Ingrid, ich setze sie jetzt ab, ja? Und es folgten zwei Stunden, die waren so unglaublich magisch für mich, dass aus diesen zwei Stunden letzten Endes auch das ganze Projekt geboren ist. Sie sagte mir damals, ja Lisa, ich brauche jetzt einen halben Tag, sichte die Bilder und schicke dir dann mal ein paar Ansichtsexemplare. Und eigentlich dauerte es nur zwei Stunden später, mein Handy brummt und da steht von Ingrid eine Nachricht, Lieschen, guck jetzt in dein Postfach. Du musst jetzt sehen, wie schön du bist. Und ich lade die Fotos also auf mein Handy. Ich war gerade unterwegs und konnte das nicht fassen, weil die Frau auf diesen Fotos war ich zweifellos, aber viel bemerkenswerter war, dass ich sie total schön fand. Und ich wusste, das muss raus in die Welt und das müssen noch mehr Frauen erleben dürfen. Und zwar Frauen, die an sich zweifeln, so wie ich, an sich und ihrer Schönheit, trotz ihrer Glatze. Frauen, die sich vielleicht noch nicht mal vor ihrem Partner trauen, ihre Glatze zu zeigen. Und Frauen, die einen langen Weg der Selbstakzeptanz hinter sich haben und jetzt anderen Betroffenen Mut machen wollen. Diesen 27 Frauen begegneten Ingrid und ich an ihren Wohn- und Wohlfühlorten. Und dort gewähren sie uns voller Vertrauen einen tiefen Einblick in ihr Leben. So unterschiedlich die Frauen sind, so unterschiedlich ist auch ihr Umgang mit der Erkrankung, ihr Umfeld und den Weg, den sie mit ihr gegangen sind. Manch eine fühlt sich mit 15 verschiedenen Perücken in Regenbogenfarben am liebsten, eine andere hat irgendwie 30 verschiedene Mützen und wieder eine andere hat sich ein riesiges Mutmacht-Tattoo auf den Schädel tätowieren lassen. Ich finde, es geht darum, dass jede Frau einen Wohlfühlumgang für sich findet. Einen Wohlfühlumgang, mit dem sie keine Angst hat, ständig entblößt zu werden, mit dem sie sich, wie der Name sagt, wohlfühlt. Ich finde nicht, dass das Ergebnis erfolgreicher Akzeptanz das ständige Zeigen der Glatze in der Öffentlichkeit ist. Das tue ich ja selbst nicht. Ich kann den Frauen nicht meine Selbstakzeptanzkeule entgegenschwingen wie eine Alopecia-Amazone und sagen, hey, lieb dich doch mal, hab dich doch jetzt endlich mal lieb, guck mal, was du alles auf der Haben-Seite hast, sei nicht undankbar. Ich meine, ja, das stimmt, meistens haben wir sehr viel auf der Haben-Seite, aber ich weiß nie, in welcher Situation ich dieser Frau begegne. Wir sind Schönlingen begegnet, die wurden von ihren Männern sitzen gelassen in der Schwangerschaft, als ihnen die Haare ausfielen. Und andere konnten jahrelang keine Anstellung finden. Ich bin die Gründerin einer Alopecia-Aufklärungskampagne und auch ich strotze nicht jeden Tag gleichmäßig vor Kraft, Mut und Selbstbewusstsein. Auch ich habe meine Bad-No-Hair-Days und dann wünschte ich mir manchmal einfach in der Masse zu verschwinden und nicht ständig angeschaut zu werden. Wenn ich mit Ingrid diesen Frauen begegne, dann sind da immer Fragen, Verletzlichkeit und manchmal auch Angst. Jeder kennt das. Ich bin jetzt mal so kühn und behaupte, dass jeder Mensch hier aus diesem Saal und außerhalb dieses Saals eine Stelle kennt und sei sie noch so klitzeklein, wo man vor sich und vor anderen nach innen und nach außen hin ein kleines Versteckspiel betreibt. Aber ich möchte euch für den restlichen Vortrag beweisen, dass es sich lohnt, damit aufzuhören und dass es sich lohnt, ehrlich zu sich zu sein, zu sich und zu anderen. Wenn ich es mir recht überlege, habe ich seltenst ganz negative Reaktionen erlebt auf mein Kopftuch, meine Perücke oder meine Glatze und fast nichts von den Horrorszenarien aus meinem Kopfkino ist je eingetreten. Allem Neuen wird erstmal mit Unsicherheit begegnet und ich glaube, das ist völlig normal und auch absolut menschlich. Wenn ich jetzt aber versuche, möglichst nicht unsicher zu wirken, dann kommt es genau zu der Verkrampftheit und auch Unnatürlichkeit, die ich eigentlich vermeiden wollte. Ich frage euch ganz ehrlich, wie soll man mich nicht anschauen? Jetzt nicht, weil ich arrogant und eingebildet bin, sondern einfach, weil das ein ungewöhnlicher Anblick ist. Ich laufe meistens mit quietschbunten Turbanen durch die Stadt, habe Schraubenzieher, große Ohrringe drin und wenn ich ganz gut gelaunt bin, mache ich mir hier oben so ein Eintages-Glitzer-Tattoo hin. Wie soll man da nicht nicht schauen? Ich finde nicht das Schauen schlimm, sondern das bemühte Wegsehen. Meine absoluten Lieblingsmenschen in diesem Kontext sind definitiv Kinder. Ich arbeite viel mit Kindern und es dauert keine zwei Stunden, manchmal auch nur zwei Minuten oder zwei Sekunden. Da fragen mich die ersten Kinder, Lisa, warum hast du ein Tuch auf? Und dann sage ich, weil ich keine Haare habe und dann wollen die natürlich wissen, wieso nicht. Und dann erkläre ich in kindgerechter Weise, was ich habe und dann wollen die das sehen. Und manche halten sich dann die Augen zu und andere sind so, boah, cool, zeig mal. Ja, und dann setze ich das Tuch ab, aber nach zehn Minuten ist die Sache auch vom Tisch. Dann stellt sich neulich so eine Neunjährige vor mich, mustert mich und sagt, hey Lisa, ich finde, es ist total egal, wie man aussieht, Hauptsache man ist nett. Und neulich, neulich war auch ein kleiner Junge. Neulich war auch ein kleiner Junge, der war auch sehr ehrlich, der stellt sich vor mich, mustert mich und sagt dann, ich finde schon, du siehst aus wie ein Monster, Lisa. Aber zwei Minuten später saß der neben mir und hatte immer noch eine gute Beziehung zu mir und ich dachte mir, boah, Gott sei Dank, wenigstens sehe ich aus wie ein Liebesmonster. Nach zehn Minuten, wie gesagt, ist das Thema vom Tisch und für den restlichen Projektverlauf auch überhaupt gar nicht mehr irgendwie auf dem Tisch zu finden. Und wusstet ihr zum Beispiel, dass man mit einem Tourbahn auch zu Astronauten werden konnte? Mega cool. Ich fahre mit der RE7 von Münster nach Köln und hatte einen großen Reiserucksack mit und hinten war eine Yogamatte so drin gesteckt. Und da war ein vierjähriger Junge, der saß mit seinem Vater neben mir und er starrt mich an und sagt dann gerade raus, was hast du auf deinem Kopf, was ist da drunter, darf ich das mal sehen? Und dann habe ich gesagt, du, das ist mir hier im Zug so ein bisschen unangenehm und er so, wenn du mir das zeigst, dann zeige ich dir auch mein Feuerwehrauto mit der ausfahrbaren Feuerleiter. Und ich so, ja, du, das ist voll verlockend, das Angebot, aber das ist mir trotzdem unangenehm und dann war es bei ihm auch schon egal und dann sagt er so, hast du einen Sauerstofftank? Und zeigt auf meine Yogamatte und sagt dann, bist du eine berühmte Astronautin? Und ich sage, ja, weil ich fand das unglaublich kreativ. Ich so, ja, aber psst, also ich bin eine berühmte Astronautin aus Münster, aber das muss unser Geheimnis bleiben. Ich wink dir heute Nacht, wenn ich ins All fliege, aber das muss unser Geheimnis bleiben, weil gleich kommt sonst das ganze Zugabteil und will wieder ein Autogramm von mir. Also psst. Und in dem Moment klopft mir eine fremde Frau von hinten auf die Schulter, die hinter uns gesessen hat und sagt, entschuldigen Sie, sind Sie nicht diese berühmte Astronautin aus Münster? Darf ich vielleicht ein Autogramm von Ihnen? Und hält mir einen Block mit Stift vor die Nase und ich unterschreibe genüsslich Lisa Halk, berühmte Astronautin aus Münster. Und Vater und Sohn standen eine halbe Stunde später noch Mund und Nase offen. Ich finde die Reaktion von Kindern einfach herrlich, weil sie irgendwie witzig sind und auch ehrlich. Und von denen können wir uns auf jeden Fall viel abgucken. Die interpretieren nicht, wenn sie was nicht kennen. Die fragen einfach, warum hast du ein Tuch auf? Bei vielen Erwachsenen fällt auch schon mal Bums, die fallen mit der Tür ins Haus. Da kommen dann solche Sachen wie, haben Sie Krebs? Oder Chemo, ne? So im Fitnessstudio, während ich irgendwie auf dem Crosstrainer bin. Chemo, ne? Oder wieder andere fragen, Sie, ah, frisch geduscht? Oder neulich hatte ich einen, der fragte mich, ob ich zu den indischen Zieg gehöre. Und dann denke ich mir so, das ist total interessant, aber total überinterpretiert. Und manchmal finde ich diese Reaktion von Erwachsenen auch distanzlos, weil da bin ich auf dem Jakobsweg unterwegs und nach zwei, drei Tagen spricht mich so ein Herr an und sagt, ich mache mir schon seit einer Woche Sorgen um Sie, ob Sie das mit Ihrer schweren Erkrankung überhaupt noch dürfen, 23 Kilometer am Tag zu laufen. Und natürlich erlebe ich auch super coole Sachen mit Erwachsenen. Ich kann die Tuchbinde-Workshops überhaupt gar nicht mehr zählen, die ich auf irgendwelchen Gehsteigen, ganz spontan mit Frauen aus der ganzen Welt abgehalten habe. Und das hier gerade zum Beispiel ist die Lisa, hat nur zwei Minuten Zeit, Standard-Wickel-Technik. Meine Großmutter hat immer zu mir gesagt, Lieschen, Lieschen, leben musst du vorwärts, verstehen wirst du es nur rückwärts. Ich hätte es niemals für möglich gehalten. Vor sechs Jahren, als ich mich heulend im Badezimmer einschloss, weil mich ein guter Freund gefragt hatte, nach langer Zeit, ob ich eine Perücke trage, dass ich jemals zwar unglaublich nervös, aber einigermaßen selbstbewusst vor einer großen Menschenmenge werde stehen und dann über eines meiner verletzlichsten Themen werde sprechen. Ich weiß heute mit meinen 28 Jahren und zwei Tagen, dass man sich manche Dinge in seinem Leben nicht aussuchen kann. Was ich aber ändern kann, ist der Umgang mit mir selbst und der Blick auf die Dinge. Aber ein Perspektivwechsel und sich annehmen und zu akzeptieren, ist eine wahnsinnige Geduldsprobe, die mal länger und mal kürzer dauert. Aber jeder Mensch muss da durch. Ich glaube, es beginnt mit der Ehrlichkeit und Offenheit, sich selbst gegenüber und dem Mut genau hinzusehen. Und das tut manchmal auch schon weh, sich den eigenen Schwächen zu stellen, die vielleicht keine sind. Für mich heißt verletzlich zu sein, zum Beispiel nicht schwach zu sein, sondern angreifbar. Und sich das einzugestehen, dass man irgendwo angreifbar ist und dass man vielleicht auch mal Unterstützung, Hilfe und Wegbegleiter braucht, ist meistens die allergrößte Hürde. Oft scheitert es auch schon ganz am Anfang mit dem sich annehmen können, weil ich dann meine Päckchen als Lappalien und Unwichtigkeiten abtue. Dann sagen wir so Dinge wie, ach, so schlimm ist es sich ja gar nicht oder anderen geht es eh viel schlimmer. Und ich bin der Auffassung, dass ein Vergleich mit anderen Menschen immer ins Nichts führt und eigentlich bei mir, der aktuell leidenden Person, nur so etwas wie Schuld und Scham hinterlässt. Es ist objektiv nicht zu bewerten, wer mehr leidet oder wer womöglich mehr Recht hätte zu leiden. So entstehen nämlich auch zwei Gedankenschleifen. Die eine kreist um das eigentliche Problem und die andere kreist dann darum, dass ich mich deswegen eigentlich nicht so schlecht fühle und mal lieber zusammenreißen sollte. Und ich finde, es hilft, sich zu fragen, was man mit einem Freund machen würde, den man sehr lieb hat und der vielleicht genau in meiner Situation wäre. Wahrscheinlich würden wir ihn hereinbitten, auf unserer Couch parken, ihm dann irgendwie unsere Lieblings- oder seine Lieblings-Eiscreme geben und uns total gut um ihn kümmern. Und dann frage ich euch, warum wir das eigentlich nicht mit uns selbst tun, wenn wir uns mickrig, klein und traurig fühlen. Ich finde, man kann ruhig auch mal so ein bisschen was wie Selbstmitleid haben. Und zwar in dem Sinne, dass ich gelegentlich und nicht immer auch mal so in den eigenen Keller gehen kann oder mal so ein richtiges, genüssliches Bad in Selbstmitleid nehme. Und ich sage gelegentlich und nicht immer, weil ich glaube, dass das letzten Endes zu weniger Frust führt. Ich glaube nämlich, das Mitleid für sich selbst zu haben, genau wie für einen anderen Menschen, den wir lieb haben, auch mit Selbstliebe, Empathie und Fürsorge für sich selbst zu tun hat. Der Umgang mit seinen Verletzlichkeiten beinhaltet genau das, die Akzeptanz von Unsicherheit und Angreifbarkeit, das Annehmen aller grauen Farben und hässlichen Töne. Dann auch jede Angst, die Wut und das Verzagen und die Hoffnung, dass alles weiter und vorüber geht. Denn so können aus unseren Verletzlichkeiten Chancen zum Wachstum statt Hemmschuhe werden. Diese Ehrlichkeit mit sich selbst führt auch zu mehr Ehrlichkeit mit anderen Menschen. Da bin ich fest von überzeugt. Seit ich so offen mit einer meiner Verletzlichkeiten umgehe, habe ich immer das Gefühl, dass Menschen auch sehr viel schneller Vertrauen zu mir fassen. Vielleicht wissen Sie oder wisst ihr, dass ihr mit euren Päckchen bei mir ganz gut aufgehoben seid. Ich meine klar, meine Glatze ist so viel optisch auffälliger und ich offenbare mich so viel offensichtlicher als jemand mit einem Thema, das man verbergen kann oder mit einer Krankheit, die man nicht sieht. Aber eigentlich sind wir uns an dieser Stelle alle gar nicht so unähnlich. Es geht hier nicht nur um ein Fotoprojekt mit Frauen ohne Haare, sondern um die Frage des Wertes eines jeden Menschen, jenseits von Schönheitsidealen und Normen. Es geht hier um die offene Begegnung mit sich selbst, mit sich und mit anderen und darum, sich anzunehmen mit all dem, wie man ist, was man ist, was man an sich mag und was man nicht mag mit seinen Ängsten, Unsicherheiten und Verletzlichkeiten. Es geht hier um eine in Bildern erzählte Geschichte über den Mut zu sich zu stehen. Dankeschön. Applaus Applaus Applaus